Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Toxisches 2v2 gegen zwei Smurf-Accounts, die die größten Hurendöhne sind. Wir wollten hier 1v1 machen, ganz aufrichtig und ehrlich. Eins gegen eins, was man so macht. Und die wollten das nicht, haben uns dann 2v2 halt getötet und geblockspampt. 2v1 in dem Sinne, ne? Richtig. Wir hatten ja auch eben Doku und Grievous, also eigentlich ganz aufrichtig, um zu spielen. Aber das wollten sie nicht. Und jetzt gibt's halt die Rache und jetzt fertigen wir sie 3-1. Also eigentlich quasi ja 3-0 ab. Genau, das ist so unser Plan jetzt für die heutige Folge. Ja, und diese Smurf-Accounts laufen hier seit ein, zwei Wochen rum, würde ich sagen. Der eine war mit dem Namen Valkorion, mit L geschrieben. Den kennt man auf jeden Fall schon. Sprich, es sind keine unbeschriebenen Blätter auf jeden Fall, ne? Wer dahinter steckt, kann man natürlich nur rätseln. Nur Mutmaßen. Ich versuche mal von der Seite ranzugehen. Muss mir Bescheid geben, wenn da irgendwie was passieren sollte. Chewbacca hat ein paar Hits, der ist fast tot eigentlich. Ich bin hier im Gang. Ah, der ist, oh, der hat ja richtig guten Schalen gemacht. Chewbacca hat mit dem Saber gehittet. Ah, Chokelighter verkackt ungünstigerweise. Die pushen jetzt voraussichtlich. Dann weg. Muss eben zurückgehen. Oh, strong go. Du musst mich schützen? Ich kann nicht, keine Stamina. Ja. Embarrassing. Oh my god. Okay. Äh, Grievous und... Alden? Warum? Warum Grievous zu Alden gehen? Ja, hast du eigentlich recht. Meine Frise. Die war auf Nummer sichern. ja eigentlich wollten wir hier gerade den abend ausklingt was ihr müsst ja auch wissen das ist fast 23 uhr wir wollten ein bisschen talken dies das und dann sind halt solche spaßen drin solche lackaffen solche lack keinen sklaven unseres clans die wird erstmal kockschelle links rechts halt geben müssen das ist halt manchmal so ich würde sagen wir vielleicht mal aus rum du musst ja ein bisschen vorsichtig unterwegs sein musst du los recht sinnvoll denke ich ich habe lecks ich bewege mich mal lieber nicht auf die brücke fast von der map gefallen ja die stehen hier ja kannst man dann drüben direkt hier in die mitte des ganges platzieren ist rausgegangen da ist es auch on stream naja der yoda ist der wichser kriegt auf jeden fall eine nachricht also sie kriegen beide eine nachricht aber der yoda ja wir haben es on stream verlassen oh mein gott dankeschön cortin 4k danke für das nächste short wir sehen uns im nächsten video ciao